Musik Jo, kennt Jasmine irgendwelche Tricks, die sie im nächsten Qualifikationsrennen einsetzen könnte? Vielleicht. Wir müssen mehr über diese Crew erfahren, mit der sie abhängt. Besonders über diesen Alec. Ich werde hier noch zur Mystery Machine. Mystery Machine? Ja, okay Speedy. Tun wir mal so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Bis dann. So, das nächste Wend, was uns jetzt am Haus aussteht. Ich hatte, wir könnten zu werden... Wir hätten jetzt schon wieder Cops... Wären jetzt was links zurückgesetzt? Nein, haben wir nicht. Wir haben das Geld gesaved. Boah, wir sind wieder kurz unterwegs, Alter. Wir müssen dringend aufpassen. Tschüss. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich brauche Unterstützung. Ja, aber ich habe eigentlich nicht gedacht. Wir haben zur Hilfe der Geschwindigkeit in einem Mitsubishi. Alle Einheiten. Zielperson zuletzt in Edgewater. Allradwagen ist da. Allradwagen kommt euch zur Hilfe. Wo sind sie hin? Subjekt hat sich bei Edgewater in Luft aufgelöst. Die Verfolgung läuft. Wir leeren uns dem Ziel. Haben die mich schon wieder gesehen, oder? Scheiße. Es ist immer schwerer, mit dem Ziel mitzuhalten. Ja, auch wenn die zur Folge ein bisschen was kürzer war. Heute wird es wahrscheinlich wieder was länger. Ja. Schlechte Neuigkeit. Ziel ist weg. Zielperson bei Edgewater untergetaucht. Die kriegen wir nie. Das war's. Wir müssen dringend aufpassen mit den scheiß Cops, ey. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen Kohle machen. So viel ist es nämlich nicht mehr. Ich denke mal, wenn wir das Event gemacht haben, dann bauen wir den Akura auf. Dann haben wir den auch, haben wir eine Alternative zu den B-Klasse-Rennen. Äh, zu den H-Klasse-Rennen. Weil das Akura nämlich stärker ist der hier. So, dann nehmen wir das mit und boosten mal wieder eine Wette. So, auf geht's. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich wär echt peinlich, gegen dich zu verlieren. Ja, gut, du fährst in der SUV, ne? Du fährst in der G-Klasse. Schneller als du? Ja, ja, das bin ich, glaube ich, der war. Sieh nicht an! Ich bin jetzt hier im Weg. Scheiße. Keine Ahnung, ich hab dich gleich überrundet. Was? Schau in den Spiegel. Mein Wagen, bist du bescheuert? Verpullen, meines Ernst. Streetracer machen die Straßen unsicher. Get nachher. Betale Streifen in Verfolgung auf. Wurden gut durchgeschüttet. Bye. Ja, gut. Das ist bitter jetzt, dass ich, dass die Kopfschmerzen jetzt haben. Tja, das war schon wieder fett vorne weg. Gut, gegen Darae habe ich kein Problem. Diese scheiß Sprungschanze. Alles klar, dann mach ich jetzt wohl mal ernst. Mist, ich wollen wir nicht. Sind jetzt drei, also die drei in Form jetzt? Ne, der erste ist der volle Scheiße. Wenn man der Weg kriege ich auch ein Problem. Kennst du mich noch? Ja, das war's. Das war's so. Das System ist eh gegessen. Ich seh, da kommt jetzt so eine dramatische Wendung, aber... Ich weiß ja, der hat mir auch einen Fehler eingebaut. Der war, glaube ich, auch da abgeflogen. Streife verfolgt den Wagen. Scheiße. Ja, Varro hat das Ding verdient gewonnen. Ja, Mann, das war unnötig, das Ding, dass ich den weggeschmissen habe. Ich brauche nur ein bisschen Kohle. Dann habe ich irgendwann mal ein nächstes Auto. Und dann muss ich es hochrechnen. Das ist jetzt bitter, dass die mir nicht... Das war jetzt nicht mal beabsichtigt, gerade der Dreher. Okay. Hallo? 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 Ich weiß, der hat ruhig einen Fehler machen können, der vorne. ja das ist schon mal jetzt sicher scheiße man das war eben der erste da vorne der ist ekelhaft weg sie ist es ist es heute hat sie wo hat die mutter war jetzt auch mal mega viel an einem ja das wird nichts werden Nee, wird definitiv das Rennen gewinnen, da brauche ich gar nichts zu probieren. Wir sehen uns am Ziel. Du kommst aus dem Nichts. So, an der Justicia bin ich vorbei. Hey, du bist gut. Der Unterschied zwischen dir und dir? Ich hab was drauf. Dieser Arsch entwischt mir nichts. Ach, du schlägst dich nicht schlecht. Schau mal hier, wir machen das. So, da sind jetzt mehrere, die einen kleinen Fehler da eingebaut haben in der Situation. Wir haben sie jetzt natürlich ein bisschen glücklicherweise genutzt. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ein Fehler und ich lieg vorne. Ja, 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 klar. Ich will aufpassen jetzt. Bleibt am Ziel dran. So, jetzt habe ich meiner Meinung nach den schwersten Teil gerade geschafft. Wir sind vor Ort und schließen uns der Verfolgung an. Ein Radwagen muss die Verfolgung aufgeben. So, jetzt muss ich mich nicht so konzentrieren. Jetzt habe ich nur die letzte Kurve, die ich erwische. So, jetzt soll ich, dass die vielleicht da hinten mal einen Fehler machen noch. Tun sie. Da sind einige jetzt aufgeflogen gerade in der Kurve. Ja, du musst dich ein bisschen reinfuchsen in das Rennen. Ansonsten ist es nicht so schwer. Wie gesagt, das sind eigentlich diese zwei Krifflingssituationen im Güterbahnhof und die letzte Kurve da hinten. Wir müssen dringend jetzt aufpassen. Wir dürfen jetzt definitiv nicht uns kaputt machen. Ja. 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 So, jetzt haben wir... Ich muss das Auto jetzt wechseln. jetzt der vorteil ist ein bisschen kohle habe aber nicht jetzt zu mir leid hallo du wirst doch mal warten müssen eben habe ich mich ja verkackt weil mir die kopf auf den sack gegangen sind jetzt muss ich gucken dass ich bald weg komme aber du wirst noch mal anrufen müssen weil ich muss die kohle müssen die karre wegbringen tagsüber sowie eine neue event oder was so wagen und jetzt geht durch die decke es gibt schon reaktion videos auf die ursprünglichen reaktions und die werden dann auch noch mir wäre es lieber es wäre nicht an die öffentlichkeit gelangt weil jetzt irgendwie familie ist tu einfach so als würde sie nicht existieren mein dad hat das erfolgreich bei mir gemacht als ich teenager war glaubt mir das klappt das hat dir nicht geschah so den akura war jetzt auf auf dings so jetzt muss ich ein bisschen hochrechnen warte mal wir haben jetzt 4000 noch was ne wir misst jetzt auf ich brauche jetzt 45.000 46.000 um so 50.000 brauchen warum die so teile jetzt haben wir hier auf 215 was haben wir denn überhaupt drinnen im auto stand grundlegend grundlegend fahrwerk straßen fahrwerk x wäre schon a plus und da soll er ja auch hin so also wir müssen jetzt antrieb ja gut wir müssen jetzt ein bisschen aufwarten ich will ihn ja auf a plus bauen so so da kommt jetzt ein differenzial rein ein neues und dann geht der wagen bei der wagen trotzdem auf a und dann hat er trotzdem ein bisschen mehr power gut so dann hat er damals aber eine alternative zu unserem klips damit können wir jetzt mal mit dem auto ein bisschen die ahrens fahren gut ähm style karosserie balikids ok ja gut so gut damit können wir jetzt erstmal gottelang ein paar dingse wenn fahren äh ein paar wir haben jetzt einige ahrens hoffentlich hier haben wir noch mal 3000 old town road leichtes geld ja wir haben jetzt einige sachen bisschen dürfte ist es nah warte mal ist es ein dürfte wir haben auch mal einen dürfter ne ne 3000 haben wir das geld nicht dafür gut löschen gut löschen ja gut erstmal wir haben leider jetzt erstmal noch gar nichts was war so hier haben wir ein b event was ist das für ein event 6000 sind Kohle in die Stadtstrecke ja gut das klingt schon wieder so ein bisschen einfacher wir müssen die Karre jetzt mal auf b wieder runter bringen und dann können wir uns hier die 18.000 holen die will ich nämlich gerne haben ich finde da kostet der an naja 6000 meine Mutter hat keinen 6000 hallo ist Versteck ja 20.000 das haben wir nun auch nicht gut die old town road würde ich sagen machen wir dann in der nächsten episode und dann sehen wir uns hoffentlich wieder dann hier bei Need for Speed Unbound das Auto und ich freue hier alle Einheiten in Alarmbereitschaft wir haben heute erhöhte Polizei Aktivität na dann zeigen wir dem Abschaum ein paar Tricks ähm halte ich für Gerücht warte mal ach das ist gar nicht so weit weg ok dann sehen wir uns wieder hier bei Need for Speed Unbound und dann geht es weiter mit der old town road e die an aus